Fingernägel und Zehennägel bestehen aus Keratin, einem harten Protein, das die empfindlichen Nerven darunter schützt. Manchmal verändern sich die Nägel in Form, Farbe oder Textur, was auf Mängel im Körper hindeuten kann. Heute erfährst du von den sechs besten Vitaminen, um deine Nägel zu stärken. Nummer 1 – Vitamin B, 12 und Eisen Ein Mangel an Vitamin B12 und Eisen kann dazu führen, dass die Nägel brüchig und spröde werden. Eine ausreichende Versorgung mit diesen Nährstoffen ist entscheidend für gesunde Nägel. Nummer 2 – Nährhefe Nährhefe ist reich an B-Vitaminen, die das Nagelwachstum fördern und die Nagelstruktur stärken. Nummer 3 – Apfelessig Apfelessig kann helfen, den pH-Wert des Körpers auszugleichen und die Nährstoffaufnahme zu verbessern, was zu stärkeren Nägeln führen kann. Nummer 4 – Knochenbrühe, Pulver Knochenbrühe enthält Kollagen und andere Nährstoffe, die die Nägel stärken und das Nagelwachstum fördern können. Nummer 5 – Calcium und Vitamin D Calcium und Vitamin D sind entscheidend für die Knochen- und Nagelgesundheit. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann zu brüchigen Nägeln führen. Nummer 6 – Spurenelemente Spurenelemente wie Zink und Selen sind wichtig für die Nagelgesundheit und können helfen, brüchige Nägel zu stärken. Welche dieser Vitamine sind bereits Teil deiner Ernährung? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres informatives Video zu verpassen. Bleib gesund und sorge für starke Nägel.